So, und jetzt ist der Moment der Spannung da, der 14. Dezember 2018. Ja, welche Los-ID ist bestimmt worden? Wer hat die 10.000 Euro mitnehmen können, einsacken können? Wer hat die Los-ID? Und das ist natürlich spannend jetzt, ja. Vor Weihnachten kann man so eine Finanzspritze, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Und da haben wir die Zahlen, die alles entscheiden. 4-7-2-8-8, 4-7-2-8-8, das ist die Los-ID des heutigen Tages. Und es gewinnt ja nicht immer nur einer, sondern es wird auch immer ein Kreis benannt oder eine große Stadt. Und in diesem Fall ist es Groß-Gerau. Die Menschen, die dort mitgespielt haben, können sich ebenfalls über Geldbeträge freuen. Aber über wie viel? Und da schauen wir uns mal an, was wird ausgespielt. Einmal natürlich die 10.000 Euro, einmal 2.500 Euro, 4 mal 500 Euro, 57 mal 50 Euro, 246 mal 10 Euro und 977 mal 5 Euro. Und das ist dann auch wieder der Beitrag für das nächste Mal mitzumachen. Und es gibt natürlich auch ein Projekt, das wieder gefördert wird durch die Umweltlotterie. In diesem Fall ist es ein Insektenhaus in Kassel. Durch die Umweltlotterie, genau.